Training vorbei für heute. Heute habe ich ja Schulter trainiert. Wie viele schon wissen, bin ich jetzt schon seit zwei Wochen auf Diät. Läuft bis jetzt ganz gut. Meine Off-Season muss ich sagen, war auch jetzt am allerbesten, also von der Form und vom Gewicht. Deswegen habe ich jetzt eigentlich schon ein gutes Gefühl für dieses Jahr. Vier Monate habe ich ja noch Zeit, kann mich in Ruhe vorbereiten. Und in Oktober geht es ja los. Also was ich schon mal sagen kann, WM und Arnold Classic, dasselbe wie letztes Jahr. Und mein Ziel ist jetzt besser da zu stehen auf der Bühne wie letztes Jahr. Ich hoffe, ich kriege das hin oder wir kriegen das hin, mein Trainer und ich. Und ja, ich werde euch jetzt öfter auch berichten, vom Training her öfter auch mal was zeigen, von der Ernährung auch immer weitergeben, was ich so verändere, wie ich mich auch gerade ernähre. Trainingsplan werde ich auch bald online stellen, so dass ihr immer wisst, wie ich was mache. Und ja, ich würde sagen, ich komme jetzt duschen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.